Sogar in 3 gegen 3 hatten wir mal eine Niederlage Wahrscheinlich wegen dem teammate der einmal Eigentorle geschossen hat Schlechtester Spieler der Welt schießt nur Eigentorle So wie der gestern beim Training Ist einfach da hingefahren, holt sich den Ball Anstatt dass er in den Stor schießt bei dir Du musst rein, du musst rein So, ich seh's jetzt Willen das gute Spieler oder Geschäßner Spieler Will ich jetzt herausfinden? Naja Ich bin nicht mehr zu Ich bin mal kurz vor mir im Boot Oh, das ist das Nächstes Lips Aber überhaupt nicht Hab ich ihn getroffen? Wollen wir mehr Boost? Wollen wir ja schnell gewaltig Wollen wir noch schnell Wollen wir auch kurz Boost holen? Ich krieg den Ball einfach gar nicht Ich krieg den Ball einfach gar nicht Nein, das ist nicht Oh, einer Hätte ich den aber auch eingemacht, ich glaube Müsste hätte erstmal warten sollen Bis er weiter unten ist, oder? Ja Du brauchst ein bisschen die Truppe benutzt Das hat man gesehen, oder? Du brauchst 3 Du brauchst 3 Ich wusste es Ist das ein Berettung mal nicht Habe ich noch mal Nochmal schnell beruhig 2 0 Es war ein guter Hauptsache ich beruhig Ich beruhige ihn noch mal schneller Um damit er ein bisschen schneller ist, oder? Weil der Wetter 10 Aber das ist ja ein Stück Ich glaube Das ist halt nicht Die wissen jetzt was auf dem Spiel steht Ich bin Ich bin Bitte Bitte Alter Jetzt gehen die alles Nein, bitte Und Ah, Mist Nein Shit Ah, was die ihr macht, der wurde zum Bruchsschneider aufgehört Lass man mal ein zweites Ball besitzen 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 Und es ist ordentlich Und es hilft Ist das ein Schuss? Ja Jo Nice Drin ist 2 Tore Alter, warte mal Ich will mal kurz gucken wie ich das gemacht hab Ich hab Eier wie langsam der da reingerollt ist Das wird Ich geh an Aber wie hast du gesehen wie langsam der reingerollt ist Ja Wie trafst du mich? Kein klassisch Ich 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 hab keine Ahnung Ich 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 Ja, da musst du warten. Nein! Ich glaube ich... Ich schieße. Snipe. Pssst. Pssst. Das wäre so guter Snipe gewesen. Ey, das war ein toller Pass von dir. Guck dir das mal an, den er bereit hat. Ich war weg. Ich bin mir Snipe gebrockt. Ich schlafe. Und... Ich bin mir Snipe. Ein Lister Tor. Zwei, kein Lister Tor war schon so für die. Ein Lister. Aaaaaah. Du bist total so ein Tor, wenn du ewig nirgst. Es hat ein freier Tor, wo es verkackt hat. Komm, die schießen hier gefühlt fast keine echten Probleme beim Tor. Der eine, Safka, der eine. Mal vergessen, was ich sagte. Du bist fast ein Eigentum. Was ist da mit Sphäre, ist nur das 1-1-1 drin. Ich bin in Stroke vorne. Ich muss da eine Torwart loswerfen. Von ihm dir. Nein. Was ist er? Diese kriegen die keine Torwillen. Die Torwärter. Die Torwärter. Die Torwärter gucken einfach nur zu. Was machst du das, he? Da fliege ich so jemanden. Ohne, ich muss das jetzt. Kannst du auch vorne passen. Ja, fahre aber von der Wand aus, ne? Von der Wand aus. Gut. Ich hatte keinen perfekten Winkel, um ihn dabei ordentlich reinzuballern. Ein 1-1-1 in der Mitte. Wir dürfen fliegen die ganze Zeit aber eh umhergangen. Achso, das ist leider. Da haben wir schon immer Quatschfluss, ne? Die Gehäuse fährt nur umschluss. Wohlanders wieder aktiv. Ah, jetzt geh ich einfach rein und mach'n Tor. 5-0. Das wird nicht so gut, oder? Ja, jetzt machen wir einen siebten Sieg. Ich glaube, siebten Sieg zu machen, ist echt richtig gut von uns, ne? Wo bist du denn? Jupp. Mit einem Sieg-Sieg in die ganze Zeit rum. Du bist gut. So, willkommen zu dir. Heute, der eine wollte mich nochmal gegen den Ballram. Komm mal raus, ein Tor. Die machen das ja auch so. Ja, und du... Ja, und du... Ich geh' den Ball doch mal ein Stück weit rechts. Was noch? Ich hab' dich nicht zischt. Du wolltest eigentlich den Ball so nirgert. Hi! Was tust du? Was tust du? Was tust du? Was tust du? Boah, ich hab' dich nicht mal... Ich hab' dich nicht mehr berührt. Ich konnte den Ball nicht berühren. Ich hab' dich gegessen. Okay, das vergess' mir lieber, das vergess' mir, okay? Das war ja, oder? Vergessen, bitte vergessen. Okay. Ja. Und der... Der konnte ein Tor machen, aber er hat es nicht gemacht. Ich bin tot. Und ist das ein Tor? Das ist unser 6er 1. Oh, ich hab' auch 2. Ich hab' auch 2. Die machen dich... Komm, die haben sich nur auf dich konzentriert. Ich fahre da einfach rein. Ist was denn eigentlich? Äh, wie ich mich einfach konzentriert hab, nur weil die dich angegriffen haben. Oha, ja. Komm, 30. Macht eine halbe Sekunde. Macht einen Teil zur Kontur. Ja, vielleicht wirklich. Wörterte ich das mal? Okay. Nein, des Pi-Hautes, nogal. Ne, ich hab' dich nicht hier geblieben, ich bin stehengeblieben. Der Gegner. Na'n Gegner hat' ich geschoben. Ich weiß nicht. Hauptsache, wir haben gewonnen. Wir haben immer noch gewonnen. Tschüss. Heute, ich bin schon fast der Welt so weit. 14 mit dem auto ein autoschen 14 okay zurück zur lobby bis heute noch neuer gegner auch neuere gegner bei mir ganz einfach machen wir hatten jetzt sieben siegel insgesamt ist das schon gut sieben von zehn siegel und